Oder sagt man das Spalier? Spalier für Zeitz, den Ursaarbrücker, der hier nicht mehr wegzudenken ist. Da steht er, Manuel Zeitz, bereit. Und da steht die Zahl seiner Pflichtspiele für den 1. FC Saarbrücken. Ja, Sie lieben ihn hier. Er ist ein super Typ. Er ist so verbandelt mit diesem Verein hier. Und das ist ein Aufgalopp. Das haben sie schön inszeniert, sehr schön. Ja, ich finde das gut, solche Momente auch wirklich würdig zu zelebrieren. Weil das gibt es ja eben nicht mehr so irre oft, dass sich ein Spieler wirklich langfristig und wirklich glaubwürdig mit Herz und Verstand an einen Verein bindet, so wie Manuel Zeitz. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.